ABB ist der einzige Hersteller auf dem Markt, der die zentralen Komponenten für ein HGU-System in-house fertigt und produziert. Dazu gehören unter anderem die Halbleiter, die Konverterventile und auch die Hochspannungskabel. Und dieses Jahr auf der Hannover Messe zeigen wir genau aus diesen Bereichen unsere Innovationen. In der Diskussion um die Vorrang von Erdkabel wollen wir mit diesem Exponat vor allem zeigen und erläutern, wie eine solche Kabeltrasse aussehen kann und wie eine landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich ist. Außerdem zeigen wir mit unserem Modell ein wirkliches Highlight, unser neues Kabelverlegeschiff für Offshore-Kabel, wo wir wesentlich flexibler auf dem Markt agieren können.